Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass hunderte Kandidatinnen und Kandidaten, deren Freiversuch längst hätte stattfinden sollen, mehrere Freisemester angerechnet bekamen. Das versetzte sie effektiv in die Lage, insgesamt mehr Zeit zu haben, sich auf den Freiversuch vorzubereiten. Das wirft natürlich die Frage auf, werden damit diejenigen, die keine Corona-Freisemester hatten, nicht erheblich benachteiligt? Wäre es da nicht fair, die Klausuren sowohl umfangreicher als auch schwieriger zu machen, einfach um einen Ausgleich zu schaffen? Ich habe mich kürzlich dieser Frage angenommen und mir exemplarisch den Examensdurchgang Februar, März 2021 aus NRW ganz genau angesehen. Ja und, sind die Klausuren, die Examensklausuren denn nun umfangreicher und schwieriger geworden? Let's find out! Bevor wir uns jetzt den Querschnitt aller sechs Klausuren aus diesem Durchgang ansehen, will ich dir auf eine Kleinigkeit hinweisen. Ich werde jetzt nicht hier in diesem Video oder diesem Podcast, je nachdem was du von mir siehst oder hörst, den kompletten Examensdurchgang aufbröseln. Das habe ich bereits schriftlich getan und davon hast du deutlich mehr. Ich werde dir am Ende des Videos nochmal den Hinweis auf den passenden Blogpost geben. Du kannst aber auch jetzt schon irgendwo hier oben die Infokarte anklicken, die ich dir einblende. Wir gucken uns jetzt wirklich nur den Querschnitt aller Klausuren an und welche Schlussfolgerungen das zulässt. Wenn du wirklich genau wissen willst, was kam in der jeweiligen Klausur dran, was waren die Schwerpunkte, wie lang war der Sachverhalt, wie viele Fallfragen, wie umfangreich der Bearbeitungsvermerk und so weiter und so fort. Schau dir wie gesagt den Blogpost an. Wir gehen jetzt in diesem Video, in diesem Podcast erstmal nur auf den Querschnitt aller sechs Klausuren ein. Und so sieht der Schnitt für alle Klausuren des Durchgangs aus. Also wir hatten etwa drei Seiten Sachverhalt pro Klausur. Das ist überhaupt nicht unüblich. Die Tendenz geht in den letzten Jahren immer mehr dahin, dass die Sachverhalte länger werden. Das kannst du gut oder schlecht finden. Dem ist einfach so. Pro Klausur etwa zwei Fälle ist auch überhaupt nicht unüblich. Das kann sein, du hast einen Ausgangsfall und eine Abwandlung, einen Ausgangsfall und eine Fortsetzung oder zwei Fälle, die völlig unabhängig voneinander sind. Du hast zwei Fallfragen im Schnitt, ist überhaupt nicht unüblich, ist eher total üblich. Mal hast du nur eine, mal hast du drei oder vier. Das variiert sehr stark. Eher unüblich, würde ich sagen, sind sechs Rechtsprobleme pro Klausur. Aber da würde ich gleich dann bei den Schlussfolgerungen noch ein paar Sätze zu sagen. Denn die Strafrechtsklausur war ein bisschen so ein Gag dieses Durchgangs. Naja, die hatte elf Themenschwerpunkte oder elf Probleme, wenn du so willst. Das ist natürlich absurd und diese Klausur fällt auch so sehr stark aus dem Raster. Ich beobachte die Klausuren ja nun jetzt schon mal ein paar Jahre und stelle fest. Das ist sehr, sehr unüblich, aber dadurch wird der Schnitt natürlich so ein bisschen verfälscht. Aber so hast du zumindest mal einen ganz guten Überblick darüber, wie der Durchgang konzipiert war. Na gut, was können wir daraus denn nun Schlussfolgern für deine eigene Examsvorbereitung? Ich würde sagen, die Klausuren sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie jedenfalls nicht länger geworden. Zwei Fälle mit je einer Fallfrage auf insgesamt drei Seiten Sachverhalt entsprechen exakt dem, was ich seit Jahren im Examen beobachte. Durchschnittlich sechs statt bisher fünf Rechtsprobleme pro Klausur sind natürlich besorgniserregend. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass die Strafrechtsklausur mit ihren elf Problemen das Bild wirklich erheblich verfälscht. Sodass ich auch bei sechs Rechtsproblemen im Schnitt auf den ganzen Durchgang gesehen keine Überraschung darin erkennen würde. Was beweist dieser Durchgang also einmal mehr? Du benötigst Skills und Know-how. Rechtskenntnisse sind überschätzt. Es ist unmöglich, lass mich das dir auch in diesem Video, in diesem Podcast nochmal sagen. Es ist unmöglich, den gesamten examensrelevanten Stoff zu lernen, da er sich faktisch nicht eingrenzen lässt. Du kannst dir lediglich einen Überblick über gängige Rechtsprobleme verschaffen, die, und das zeigt der hier besprochene Durchgang eindrücklich, lediglich einen Bruchteil derer ausmachen, die sich dir in Klausuren potenziell stellen können. Du benötigst Skills und Know-how, die dich in die Lage versetzen, auch mit dir bis dato Unbekanntem methodisch sauber umzugehen. Das setzt voraus, dass du die gesetzliche Systematik der wesentlichen Rechtsnormen verinnerlicht hast und mit den wichtigsten ungeregelten Instituten umzugehen weißt. An der Stelle weise ich nochmal ganz kurz auf den Blogpost hin, von dem ich eben schon gesprochen habe, bevor ich dir den Querschnitt aller sechs Klausuren gezeigt habe. Da hast du wirklich nochmal aufgedröselt, wie jede Klausur genau aussah. Wie viele Seiten Sachverhalt, wie viele Fallfragen, wie viele Probleme, welche Probleme waren es im Einzelnen, eine Einschätzung über den Schwierigkeitsgrad der Klausur und den Erwartungshorizont und vieles mehr. Den Link packe ich dir, hatte ich eben schon in der Infokarte drin, das kann ich also nicht nochmal machen. Ich packe ihn dir auf jeden Fall in die Videobeschreibung und ins Kommentarfeld. Wenn du bei YouTube schaust, solltest du den Podcast hören, findest du den Link dazu auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Ich betone in meinen Beiträgen heute und auch in der Vergangenheit immer wieder, dass es auf Skills und Know-how ankommt und dass Rechtskenntnisse überschätzt sind. Und deswegen bende ich dir jetzt hier, wenn du bei YouTube schaust, noch ein Video ein, juristische Methodenlehre, so löst du jedes Problem. Da zeige ich dir anhand der gestörten Gesamtschuld im Zivilrecht Schritt für Schritt, wie du an ein unbekanntes Problem herangehst und welche Schritte du gehen musst, um es trotzdem erfolgreich zu lösen, auch wenn ja die Lösung des Problems vorher nicht bekannt war. Viel Spaß mit dem Video, wir sprechen uns auf dem Kanal ganz bald wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.